Ich bin ganz nahe dran. Ich kann es fühlen. Nun können sie mich nicht mehr aufhalten. Ich sehe schon die Schlagzeile. Begabter Boulevardreporter bewahrt Welt wiederholt vor überirdischen Übergriffen. Oh nein, was war das? Die Maschine hat angehalten. Irgendwas hält sie fest. Das Flugzeug scheint in der Luft zu stehen. Wie ist das möglich? Beim Dürrenmatt. Haben sich die Physiker geirrt? Das darf doch nicht wahr sein. Von hier aus kann ich leider nichts Genaues erkennen. Aber halt! Ich sehe ein paar dunkle Gestalten. Sie kommen her! An Bord! Das kann nur eines bedeuten. Sie haben mich gefunden. Das Schicksal der Welt lastet auf meinen Schultern. Ich muss schnellstens aus der Maschine raus. Nur wie? Wenn dich denn! Du wohnst, liebe dich. believe in die extingぜhen! Die Maschine ist jetzt gut говоря, super wichtig! Überflüstung! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020